Herzlich Willkommen bei Mitte spricht. Mein Name ist Almut Neumann, ich bin Stadträtin für den öffentlichen Raum in Berlin-Mitte und wir stehen hier am schönen Plötzensee. Der See ist schön, aber ihm geht es leider nicht so gut. Deshalb haben wir die Haikampagne letztes Jahr gestartet. Wir wollen zeigen, wir müssen diesen See beschützen, damit es ihm weiter gut geht, damit er weiter für uns Menschen da ist. Dieses Jahr haben wir jetzt gerade diese Fotorahmen aufgestellt und möchten euch alle beteiligen. Macht Fotos von euch hier in diesem Rahmen, zeigt damit, ihr macht mit. Gewässerschutz ist Klimaschutz. Ihr geht nicht bei den unbefestigten Uferbereichen baden, sondern schützt den See. Wenn ihr eure Fotos postet bei Social Media unter dem Hashtag Haialarm am Plötzensee, dann wird es glaube ich eine richtig gute Kampagne und dann können wir alle den Plötzensee noch lange genießen.